Auf die Plätze fertig. Wer bist du? Anna. Ja, woher kommst du? Sie. Und auf welche Schule gehst du? Wer ist sie? Du hast ja überlegt, dass du heute hier bei Nacht der Ausbildung so ein bisschen dir was anschaust. Wo sind wir gerade hier? Auf welchem Gelände? Von welcher Firma? Von London. Ja, alles richtig bisher. Und wie hat es euch bislang gefallen hier bei uns? Gut. Also, können wir auch den anderen empfehlen, dass sie mal hier bei uns vorbeikommen? Ja. Also, von daher Daumen nach oben. Und dann sind sie dabei? Ja, Montes.